Herzlich Willkommen zur zweiten Ausstellung des Künstlers Tore Sündermeyer aus Mexiko. Ja, Sie haben richtig gehört, Mexiko. Ist das nicht ein bisschen weit für eine Ausstellung in Bonn in der Galerie Parquet? Wenn der Künstler seine Bilder hier selber aufhängen müsste, dann wäre es in der Tat doch recht umständlich. Aber er braucht gar nicht zu kommen, denn die Bilder kamen per E-Mail und wurden digital in den 360-Grad-Raum der Galerie eingebaut. Und zwar perspektivisch und unter Berücksichtigung der tatsächlichen Größe der Werke. Das Ganze jetzt nicht etwa als Diashow oder Video, sondern als 3D-VR-Erlebnisraum, in dem man sich mit gedrückter linker Maustaste nach Belieben umschauen und mit Klick in einen anderen Raum gehen kann. Fast so wie bei einer realen Ausstellung. Ein Alleinstellungsmerkmal des Künstlerkanals übrigens. Zum Künstler lässt sich generell sagen, dass die Kunst von Tore Sündermeyer sehr vielschichtig ist. Auch wenn sich seine Themengebiete des Öfteren stark verlagern, hat jedes Kunstwerk einen besonderen Wiedererkennungswert. Es ist die Art und Weise, wie er seine Linien führt, immer etwas zackig, unruhig und schnell. Bei den neuen Bildern wird die Farbe öfter in stark verdünnter Form auf vorgegebene Strukturen gegossen und dieser Prozess in vielen Schichten wiederholt. Der Liebe wegen hat es Tore Sündermeyer nach San Luis Potosi in Mexiko verschlagen. Dort lebt er jetzt mit seiner Familie und arbeitet hauptberuflich als Deutschlehrer. Den Link zum interaktiven 360-Grad-Rundgang finden Sie unten in der Beschreibung. Den Link zum interaktiven 360-Grad-Rundgang